Die Unterstützung des ISRC und ERN-Codes ist in professionellen Mastering-Programmen schon lange Standard. ISRC steht für International Standard Recording Code und ist eine Art Pendant zur ISBN-Nummer von Büchern. Dieser Code soll die digitale Identifizierbarkeit einer Aufnahme ermöglichen und so eines Tages die flächendeckende Abrechnung von leistungsschutzrechtlichen Tantiemen der Radiostation ermöglichen. Der Code wird diskret in den Bitstream eingebaut. Der ISRC Stammcode wird von der Landeszentrale der IFPI, das ist die International Federation of the Phonographic Industry, an Labels vergeben, die wiederum fünf Ziffern zur Verfügung haben, um ihre Aufnahmen mit individuellen Nummern zu versehen. So gesehen ist Ihr Kunde für die Anlieferung der richtigen Codes zuständig. Pro Titel bzw. für jede Aufnahme, Version oder Remix einer Komposition wird jeweils eine Nummer vergeben. Wird eine Aufnahme analog überspielt, geht der Code natürlich verloren. Kleine Labels brauchen keine Zeit, in die Einrichtung dieser Codes zu verschwenden, wenn sie sich mit Independent Repertoire beschäftigen, das ohnehin selten on-air geht. Wenn Ihrem Kunden der ISRC wichtig ist, sollten Sie überprüfen, ob Ihr Brenner ISRC unterstützt, sofern Sie CDRs als Master verwenden. Diese Info finden Sie, wenn Sie den Informationsschalter im Brenndialog drücken. Bei dem ERN-Code handelt es sich um einen wahren Wirtschaftscode. Mit der Eingabe des ERN beim Mastering wird der Bar- oder Strichcode bzw. ERN13, der später auch die Verpackung der CD ziert, digital auf der CD gespeichert. Der Nutzen ist mir bis heute verschlossen geblieben.